hallo liebe ultimer freunde als erstes möchte ich euch einen guten start ins neue jahr wünschen und viel erfolg bei euren eigenen projekten hier geht es bei mir weiter am fersorb wir hatten ja im letzten video gesehen dass ich den radbremszylinder hier gewechselt habe und nun stehen jetzt die abschließenden arbeiten hier an das heißt einstellen der bremsbacken und entlüften dann sollte es hier auf der seite mit der bremse soweit fertig sein die trommel ist wieder drauf und jetzt gilt es den spalt zwischen backen und trommel einzustellen dafür hat diese ford hinterachse zwei verschiedene einsteller wir haben einmal hier im oberen bereich einen ja einen kegel den man raus oder rein drehen kann und der dann die beiden gleitsteine die den oberen anlenkpunkt für die bremsbacken darstellen nach außen drückt oder nach innen lässt das heißt also an dem punkt kann man die widerlager der backen beide gleichzeitig bewegen zusätzlich gibt es so eine art schnecke die allerdings hier auf der seite nur an die auflaufende backe greift ich kann mich dunkel erinnern als ich das das erste mal gemacht habe hat diese schnecke die backe irgendwie gar nicht berührt jetzt werde ich mir genau anschauen was das handbuch dazu sagt von der vorgehensweise und dann geht es ans einstellen das handbuch sagt dass ich den versteller am widerlage für beide backen so lange im uhrzeigersinn drehen soll bis beide backen firmly against drum anliegen also fest anliegen so das habe ich gemacht ich kann zumindest mit der hand an der trommel die trommel nicht mehr drehen und im nächsten punkt das ist hier dieser punkt 3 soll ich also jetzt diese verstellt schnecke an der auflaufenden backe so lange drehen bis ich merke dass die schnecke die backe berührt mal schauen ob sich das feststellen lässt ja meine erinnerung hat mich da nicht getrübt leider klappt diese zweite der zweite versteller das klappt einfach nicht ich kann den also im kreis drehen wie ich will aber ich merke nicht dass er die auflaufende backe berührt woran das nun liegt schwer zu sagen ich hatte als ich das fahrzeug neu bekam die backen ja mal gewechselt keine ahnung ob an diesen backen die da jetzt drin sind ob da irgendeine kante fehlt oder irgendetwas wo dieser versteller normalerweise eingreifen sollte ich werde also dann jetzt nur den versteller am widerlage backen so weit wieder lockern können dass die trommel frei dreht mehr kann ich hier leider nicht machen ich hatte beim letzten bremsen test relativ schlechte werte an der hinterachse keine ahnung ob das daran liegt dass der spalt nicht optimal eingestellt ist aber ja damit muss ich leben gefühl bremst das auto sehr gut das liegt sicherlich natürlich in erster linie an der vorderachse und das auto ist auch sehr leicht das heißt es gibt ja auch keinen bremskraft versteller für die hinterachse das heißt die hinterachse sollte natürlich auch nach möglichkeit nicht überbremsen um schleuter gefahr auszuschließen und ja leider leider klappt das hier so nicht und ich kann also nur mit dem einen einsteller weiter arbeiten also ich habe jetzt den versteller am widerlager der backen zurückgenommen bis die trommel frei dreht habe auch immer wieder probiert da ja die backen nun etwas weiter nach innen gewandert sind ob der versteller an der auflauf backe in irgendeiner form jetzt widerstand zeigt aber das ist weiterhin nicht der fall also es hat den eindruck als ob dieser versteller die backe weit nicht berührt und damit außer funktion ist ich denke mal ich werde es jetzt so lassen ich habe das jetzt noch mal probiert wenn ich den mittelversteller weiter anziehe dann habe ich deutliche schleifgeräusche jetzt bin ich an einem punkt wo ich nur minimalste schleifgeräusche habe gegebenenfalls muss ich das dann noch mal probieren wie die bremse läuft wenn ich mal gefahren bin und die backen sich richtig gelegt haben ich habe auch festgestellt dass ich wahrscheinlich wenn ich das nächste mal an die bremse hier hinten gehe die trommel wohl mal leicht ausdrehen lassen muss es hat sich eine ganz leichte kante schon gebildet da wo die backe nicht läuft also dieses material ist natürlich sehr sehr alt die achse ist ja 61 mit diesem auto verbaut wurden keine ahnung ob hier mal größere teile ausgetauscht wurden zum beispiel die trommel zumindest sieht es alles aus als ob das schon sehr in die jahre gekommen ist es geht weiter mit dem entlüften beim entlüften hat ja jeder so seine eigene methode und es gibt auch unzählige videos dazu ich will trotzdem kurz beschreiben was ich für mich als praktikabel erwiesen hat ich arbeite ja auch nahezu immer allein und habe natürlich auch deswegen nach einer möglichkeit gesucht einfach und effizient die bremsen oder in dem fall hier auch die kupplung entlüften zu können und ich habe gute erfahrungen damit gemacht das ganze mit druckluft auf den jeweiligen hauptzylinder also in dem fall auf den hauptbremszylinder durchzuführen den wir hier haben neben den neuen kupplungs master ich habe hier zwei kappen die eine passt zu den ate bremsen vom dkw und dann habe ich hier mir eine kappe gebastelt mit druckluft anschluss für das gefäß von den gehrling bremsen leider ist das gewinde in dem fall dort nicht sehr ausgeprägt also das ganze verliert etwas luft aber es funktioniert trotzdem ich zeige mal den aufbau wenn ich alles montiert habe der deckel mit dem druckluft anschluss ist aufgesetzt und ich habe jetzt hier einen druckluft schlauch und das ganze endet mit einem aufsatz hier für das reifenventil das schließe ich dann an und habe damit diese circa zwei bar druck auf dem behälter den ich vorher natürlich noch mal bis zum rand aufgefüllt habe und nun kann ich ganz bequem an allen stellen durch öffnen des entlüftungsventils die luft raus lassen ohne dass mir am entlüftungsventil auch wieder neue luft einsaugt weil ich halt immer nur druck von einer seite habe nach einer weile muss man natürlich mal nach dem hauptbremszylinder sehen ich denke mal hier in meinem fall da ich ja nur sehr wenig bremsflüssigkeit hinten verloren habe dürfte das mit wenigen sekunden erledigt sein ja das hat gut geklappt ich habe alles wieder abgemontiert habe den hauptbremszylinder aufgefüllt und nun muss ich noch das rechte vorderrad wieder auf den soll druck auffüllen und hier hinten kommt jetzt das rad dran und dann ist die position auf der to do liste soweit abgeschlossen am linken hinteren rad wenn ich da mal wieder etwas besser rankommen werde ich nur am versteller schauen ob ich beide seiten wirklich ungefähr gleich einstellen kann aber da die linke hintere bremse in ordnung ist werde ich die also nicht öffnen damit kann es als nächstes mit dem linken seitenfenster weitergehen das möchte ich ja ähnlich umbauen wie ich das hier mit dem rechten gemacht habe und dann habe ich noch einige arbeiten im kofferraum vor da hatte ich in einem der anderen videos schon berichtet und dann hoffe ich auch dass ich bald zumal das wetter ja momentan dazu einlädt wenn mal wieder die straße trocken ist vielleicht auch ein paar meter fahren kann das soll es von heute gewesen sein vom fersorg